Heute, geballte Frauenpower am Start. Was waren so deine ersten Berührungspunkte zum Business? Jetzt, dein Immobiliengeschäft hat Fahrt aufgenommen. Wie ging's weiter? Aber die Frage ist, was sind deine nächsten Ziele? Die nächsten Ziele sind... Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Immolution. Wir sind heute geballte Frauenpower am Start. Und zwar Nicole Alexander von Alexander Immobilien aus Dormagen. Korrekt. Ich spiele dir den Ball rüber. Erzähl dir mal den Leuten, wer du bist und was du machst. Ja, Nicole Alexander. Leon sagt es ja gerade schon, ist mein Name. Ich bin ansässig in Dormagen. Und zwar mit zum einen einer Immobilienfirma und zum anderen unser zweites Kerngeschäft ist eine klassische Hausverwaltung. Also damit haben wir auch gestartet. Ich habe vor circa zehn Jahren, ein bisschen länger, das Unternehmen von meinem Vater übernommen, der vorher 25 Jahre ungefähr ansässig war in Dormagen mit Hausverwaltung und hat dann Immobilien immer so ein bisschen mitgenommen, was so kam. Also das Geschäft, was du für eine Hausverwaltung abgreifen konntest. Nebenbei halt. Genau, das, was du nebenbei so abgreifen konntest, das hat er abgegriffen, hat das Immobiliengeschäft, was er vorher ziemlich viel gemacht hatte, sehr runtergefahren. Und so habe ich praktisch eine Ein-Mann-Bude übernommen vor zehn Jahren. Und genau. Und habe jetzt so in den letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren mich dann entschieden, den Kernbereich von der Hausverwaltung praktisch wegzulenken, hin zum Immobiliengeschäft und das Immobiliengeschäft auszubauen. Und eben auch das Geschäft, was einfach viel mehr Spaß macht, weil das Immobiliengeschäft, du hast einfach dieses Start, einen Prozess und einen Stopp. Du hast einfach einen Erfolg. Okay, lass mich mal ganz kurz einhacken. Wie kam das, also wie bist du aufgewachsen? Dein Vater hatte die Hausverwaltung, hast du gerade erwähnt. Dein Erziehungsstil, war der eher so auf der sicheren Seite, mach deine Ausbildung und mach was Vernünftiges, angestellt oder wurdest du so als Unternehmerin schon erzogen? Wie bist du aufgewachsen? Ja, also ich bin nicht im klassischen Unternehmerhaushalt aufgewachsen, weil die Eltern geschieden waren und ich nicht bei dem Vater, der eben selbstständig war, aufgewachsen bin, sondern bei meiner Mutter, die eben ganz normal angestellt war. Und die Eltern haben mich ziemlich laufen lassen. Also die haben mich so ziemlich mein eigenes Ding machen lassen und von daher war ich immer so, ein guter Mittelweg war das eigentlich. Was waren so deine ersten Berührungspunkte zum Business? Zum Business des Immobilienmarklers meinst du jetzt? Ja, muss nicht sein. Also ich habe als Kind selbstgemachte Limonade am Straßenrand verkauft. Also ich weiß nicht. Kann alles sein. Ja, zum Business wüsste ich jetzt gar nicht unbedingt, aber ich habe halt von ganz klein auf immer gearbeitet. Also von meinem ersten Job mit 13 und seitdem habe ich immer gearbeitet und auch zu Hause habe ich mir mein Geld nebenbei verdient. Also ich war immer darauf bedacht, mir nebenbei Kohle zu verdienen und auch Fleiß an den Tag zu legen, um mir das leisten zu können, was ich wollte. Klar im Kinder- und Jugendlichenbereich, im kleineren Bereich, aber dann hinterher eben auch im größeren Bereich. Und ich hatte immer den Ehrgeiz, Geld zu verdienen und nach vorne zu kommen, um eigentlich mir nette Dinge ermöglichen zu können. Ja, okay. Ich muss ja auch sagen, wir arbeiten ja jetzt auch schon ein bisschen länger miteinander zusammen und du bist ja schon eine Person, die auch einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selber hat. Das ist zumindest das, was ich immer wieder merke. Wie hat sich dieser Anspruch entwickelt? Weil es gibt ja schon auch einige Leute, das eine ist ja jetzt nicht schlechter als das andere, aber man kann ja etwas machen und man macht es so auf normaler Ebene oder man macht es halt wirklich sehr perfektionistisch und sehr hohen Anspruch an das eigene Tun. Wie hat sich das so entwickelt? Ja, ich habe mich halt immer nach Leuten orientiert, die eine ganze Ecke besser waren, die ich immer bewundert habe und gedacht habe, boah, was der geschafft hat, das wirst du auch gerne schaffen oder was der hat, das hättest du auch gerne und wie komme ich da hin? Das war immer der Ansporn, gut zu sein, wobei ich immer wusste, vielleicht werde ich gar nicht so wahnsinnig gut wie das Vorbild, was ich mir dann jetzt gerade rausgepickt hatte. Aber selbst wenn du ein bisschen schlechter bist als der, schaffst du immer noch mehr als andere. Und deswegen habe ich so einen relativ hohen Anspruch an mich selbst und an das, was ich tue und das, was ich verwirkliche. Okay. Wie sehr trifft dieser Anspruch, wie sehr bringt der auch Konflikte mit sich? Hast du oft Konflikte dadurch, dass du diesen hohen Anspruch hast? Weil ich mache jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel deine grafischen und designertechnischen, also du hast jetzt zum Beispiel ein Büro eröffnet und ich muss sagen, das Büro sieht 1A aus. Also wie das gemacht ist von der Einrichtung. Wirklich, du denkst, du gehst in eine Luxusboutique rein. Aber ich weiß es ja von mir selber, weil ich bin genauso. Ich habe einen sehr hohen Anspruch, egal an was. Ich weiß, dass es bei mir auf jeden Fall auch zu Konflikten führt. Wie ist das bei dir? Nee, der Konflikt, ja klar, Konflikte sind natürlich da, wenn du den Anspruch, den du an dich selber hast und an deine Ziele hast, nicht halten kannst. Das ist natürlich der Konflikt, der dann da immer ist, wo du dir dann denkst, Mensch, bin ich wirklich so gut. Jetzt hast du einen hohen Anspruch. Jetzt hast du vielleicht nur zu 80 Prozent performt und nicht zu 100 Prozent. Dann ist schon ein Konflikt da, dass schon mal ab und zu der Zweifel bei mir aufkommt. Mensch, bist du wirklich so gut, wie du eigentlich gerne sein möchtest? Okay, lass uns mal kurz zurück zu dem Werdegang so ein bisschen kommen. Du hast die Hausverwaltung, du hast das Immobiliengeschäft. Irgendwo war ja die Hausverwaltung eingangs das Kerngeschäft. Wie hat sich das dann verlagert? Es kam an irgendeinem Punkt, also ich habe die ersten Jahre nicht geworben, sondern ich musste auch erstmal gucken, dass ich mit meiner Selbstständigkeit überhaupt zurechtkomme, dass ich mich da zurechtfinde und dass ich überhaupt diese Hausverwaltung auf die Reihe kriege und habe sehr wenig Werbung gemacht. Wurdest du da ins kalte Wasser geschmissen oder wurde dir das beigebracht? Nee, ich bin bei meinem Vater praktisch in die Lehre gegangen nach dem Studium irgendwann und habe dann da eben halbe Tage angefangen und habe mich eingearbeitet in das Thema Hausverwaltung, IHK-Kurse und so weiter. Also habe noch gelernt, Schulbank gedrückt. Und dann kam aber, wahrscheinlich durch Zufall oder warum auch immer, irgendeinen Punkt habe ich gedrückt, aber das Immobiliengeschäft ging in einem Jahr recht gut. Einfach so, da kam ein Verkauf und dann kam der nächste und dann kam noch einer, stell dir vor, und dann eine Vermietung und die nächste Vermietung und auf einmal lief das so ein ganz klein bisschen. Und ich habe eben auch gesehen, nicht nur der Umsatz, der da reinkommt und das Geschäft, was du da machen kannst, sondern ich habe gemerkt, das ist einfach viel mehr mein Ding als die Hausverwaltung. Die Hausverwaltung mache ich auch gerne und die mache ich auch gut. Da habe ich auch einen sehr hohen Anspruch an uns, also an das klitzekleine Team, was ich da führe und an mich, was die Hausverwaltungsleistung angeht. Aber ich habe gemerkt, das Immobiliengeschäft macht einfach viel mehr Spaß. Das ist einfach viel mehr mein Ding und auch das kann ich gut. Warum? Hauptsächlich, weil es erfolgsorientiert ist und das hast du in der Hausverwaltung nicht. Die Hausverwaltung läuft immer so durch. Du hast wenig Feedback von den Kunden, klar hast du schon mal positives Feedback, aber beim Immobiliengeschäft hast du, wie ich eingangs sagte, du hast einen Start, du hast einen Prozess und du hast einen Stopp. Also du fängst irgendwo an und dann endet das Projekt und du hast einen Erfolg am Ende. Würdest du sagen, also ich weiß genau, was du meinst, würdest du sagen, deshalb stelle ich jetzt auch diese Frage, du bist competitive als Person, also so eine Challengerin? Total. Ja, liebst du Challenges? Total, ja, ich bin doch ziemlich kompetitiv. Okay. Ja, also ich mag. War das schon immer so? Ich mag es mich zu messen, ich denke ja. Also weil, wenn du dich immer nach oben orientierst, dann musst du competitive sein. Sonst orientierst du dich nicht nach oben und versuchst nach oben zu streben, wenn du nicht diesen Konkurrenzgedanken auch in dir hast. Ja, zu 100 Prozent. Ja. Aber oftmals kämpft man ja auch gegen sich selber. Klar. Dann machen wir uns mal nichts vor. Auf jeden Fall. Es muss ja nicht immer irgendwie direkt Konkurrent sein oder so. Ich glaube, den größten Kampf führen wir alle gegen uns selber in gewisser Maßen, ob gegen den Anspruch oder eben gegen was anderes. Okay, jetzt dein Immobiliengeschäft hat also irgendwie an Fahrt aufgenommen. Du kannst es selber nicht so richtig erklären, warum. Ich kann dir natürlich dazu sagen, nichts passiert einfach so. Natürlich nicht. Das ist auch klar, das weißt du selber. Wie ging es weiter? Ja, wie ging es weiter? Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, das möchte ich gerne ausbreiten, das Immobiliengeschäft. Also dein Fokus zu 100 Prozent darauf. Oder nicht zu 100, aber so weit, wie es eben ging. Ganz genau, so weit, wie es eben geht. Die Entscheidung, die Hausverwaltung zu behalten, war immer da und ist ja auch heute noch da. Also heute ist ja nach wie vor ganz klar die Entscheidung, ich behalte die Hausverwaltung und führe zwei Unternehmen zum Erfolg. Das ist der Anspruch, den ich habe. Denn aus der Hausverwaltung generiert sich extrem viel Geschäft. Also die Hausverwaltung ist das Netzwerk, was ich mir praktisch aufgebaut habe, aus dem sehr, sehr viel Immobiliengeschäft generiert wird. Und dann habe ich mehr oder weniger kurz bevor ich das Coaching auch abgeschlossen habe, beschlossen, ich bringe das Immobiliengeschäft jetzt nach vorne. Ich bringe das jetzt zum Erfolg. Ich mache da jetzt eine Immobilienfirma draus, aus der Basis, die ich da habe. Jetzt vermehrt in den letzten Monaten natürlich sieht man, also zumindest wenn man mit dir zusammenarbeitet, bekommt man mit, wie du wirklich das Ganze wie so eine Art Videospiel Level nach Level hoch gehst. Jump and run. Ja, also wirklich, wie du jetzt wirklich in die Wachstumsphase reingehst, Thema Recruiting, an neue Mitarbeiter zu kommen, dir wirklich ein Team aufzubauen, was so für deine Firma arbeitet mit derselben Leidenschaft, als würde deren eigener Name an der Tür stehen. Ich denke, da ist auch dein Anspruch. Ob es das Thema ist, dein eigenes Marketing, dein Auftritt eben durch neue Büro, Ladenlokal. Also du probierst gerade auf allen Ebenen hochzufahren. Wie kam dieser Prozess zustande, dass du damit angefangen hast? Weil das eine, warum ich die Frage stelle, vielleicht kurz zur Erklärung, oftmals bekommt man ja mit, dass es anfängt zu laufen bei Menschen und dann halt sich so ein bisschen darauf ausgeruht wird. Ohne das jetzt abwertend zu meinen, das muss ja jeder selber wissen am Ende des Tages, aber du weißt, was ich meine. Du willst dich aber nicht darauf ausruhen. Du willst weitergehen. Genau, ich will weitergehen. Ja, also die, an irgendeinem Punkt, wenn der Erfolg kommt, glaubst du ja dann auch an irgendeinem Punkt daran, dass es klappen könnte. Und ein großer Punkt war eben das Coaching, dass im Coaching immer wieder gesagt wurde, wenn die ersten Dinge klappen, dann darfst du nicht aufhören, sondern dann musst du genau da, musst du weitermachen und noch weiter nach oben fahren. Du kannst nicht eine Flyer-Aktion machen und denken, das ist es gewesen, nur weil du vielleicht einen Auftrag dadurch generiert hast, sondern du musst weitermachen und du musst das ganze Marketing, musst du nach oben fahren und deine ganze Aktivität musst du nach oben fahren. Also letztendlich bin ich genau danach gegangen und habe meine Aktivitäten sukzessive, erst langsam und jetzt nimmt es ein bisschen mehr Fahrt auf, habe ich nach oben gefahren und habe mir drei Sachen rausgesucht, auf denen ich praktisch meine Werbung nach oben fahre. Also ich habe sehr viel genetzwerkt und habe Print-Werbung gemacht, also habe diese Flyer-Aktionen gemacht und bin in die Sichtbarkeit gegangen, was ich vorher überhaupt nicht gemacht habe. Was hat sich dann geändert? Was ist daraus resultiert? Zum einen, dass das Geschäft natürlich nach vorne gegangen ist, tatsächlich, sowohl das Immobiliengeschäft, aber als auch das Hausverwaltungsgeschäft resultiert hat noch daraus, dass ich mehr Vertrauen gefasst habe, dass das vielleicht tatsächlich klappen könnte, dass ich eine gute Unternehmerin werde. Du gehst jetzt wieder deinen eigenen Anspruch durch. Also mach dich mal nicht kleiner, als du bist, weil du hast schon wirklich sehr, sehr viel geschafft. Und wie gesagt, also ich weiß ja, wie du da denkst. Du denkst da mit einem sehr hohen Anspruch an dich selber, aber man muss schon sagen, du gehst schon wirklich mit einem guten Beispiel voraus und machst viel und setzt die Dinge auch wirklich durch und um, auch wenn es weh tut. Das muss man sagen. Du arbeitest sehr, sehr hart. Das bekomme ich ja auch immer mit. Und da kannst du dir auch wirklich auf die Schulter klopfen, was das angeht. Aber die Frage ist, was sind deine nächsten Ziele? Die nächsten Ziele sind den Stein, den ich da jetzt ins Rollen gebracht habe, dass der von alleine rollt. Das sind die nächsten Ziele. Also das Unternehmen der Hausverwaltung vernünftig durchzustrukturieren, Mitarbeiter einzustellen, das Unternehmen zum Wachstum zu bringen. Das sind die Ziele. Also das Unternehmen zum Wachstum zu bringen und da von einem kleineren Unternehmen zu einem größeren Unternehmen zu wachsen. Das sind die Ziele. Sehr geil. Was würdest du sagen, welchen Stellenwert oder wie wichtig war es auf deinem Weg, auf deinem persönlichen Weg, uns, den Heinz, an deiner Seite zu haben? Nicht nur als Coach, sondern ja wirklich auch als Freund könnte man auch sagen. Wir sind ja schon sehr eng oder er ist sehr eng mit dir in Kontakt. Wie wichtig war das Ganze für dich? Ja, ohne das wäre es nicht gegangen. Also das war der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Also ohne den ersten Schritt zu diesem Coaching wäre ich da, wo ich vor anderthalb Jahren war. Ganz sicher. Also das Coaching hat das alles ins Rollen gebracht. Ganz sicher. Das freut mich natürlich sehr zu hören. Ja, ohne das Coaching wäre ich jetzt nicht hier. Ganz sicherlich nicht. Das ist natürlich das Schönste, was man hören kann. Wo siehst du dich selber? Das würde mich jetzt mal abschließend wirklich interessieren. Wo siehst du dich selber in fünf Jahren? Ne, probier mal wirklich eine ideale Szene bitte zu malen. Wie viele Mitarbeiter willst du haben? Okay, großes Büro hast du jetzt? Du hast schon vorgesorgt, sagen wir es mal so. Ja gut, das war jetzt der Schritt, den ich gegangen bin. In einem kleinen Büro kannst du keine Mitarbeiter einstellen. Da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz. Also großes Büro habe ich jetzt, 160 Quadratmeter. In das Büro kriege ich insgesamt mit mir selbst, denke ich, neun Leute rein. In fünf Jahren hätte ich das Büro gerne voll und möchte dann in der, sage ich mal, Not stecken, mir zu überlegen, was die nächste Location ist. Nehme ich eine dazu? Das wäre tatsächlich das ideale Bild. Also ich habe genug Mitarbeiter, dass ich das Büro gefüllt habe und natürlich entsprechend Umsatz, eine entsprechende Bekanntheit. In Dormagen vielleicht auch so, dass ich das Geschäft ausgeweitet habe über Dormagen hinaus, nach Neuss, nach Köln, wohin auch immer mich das trägt. Ja, sehr geil. Also da muss ich sagen, darauf arbeiten wir natürlich gemeinsam jetzt hin, die nächste Zeit. Was man natürlich jetzt noch dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie du das Ganze siehst, aber was oftmals, ich glaube, ich habe das in der vorherigen Folge auch schon mal angesprochen gehabt, dass oftmals die Leute wirklich glauben, dass man Hilfe nur dann braucht, wenn es schlecht läuft. Jetzt läuft es aber bei dir ja nicht unbedingt schlecht. Es läuft ja ganz im Gegenteil, es läuft ja gut. Aber auch gerade dann ist es ja wichtig, jemanden zu haben, der einen in dieser Spur behält. Ja, ganz sicher. Weil ich glaube, dass man die meisten Fehler macht, wenn es gut läuft oder machen kann. Genau, dann hörst du auf, dann fokussierst du dich nicht mehr so, dann ruhst du dich aus auf deinen Lorbeeren. Das denke ich auch, dass es wichtig ist, weiterzumachen, weil du willst ja auch nirgendwo stehen bleiben. Also selbst wenn das Coaching jetzt vielleicht bewirkt hat, dass man selber ein gewisses Maß an Erfolg generiert hat, musst du dich ja trotzdem weiterentwickeln und um dich weiterzuentwickeln. Ja, auch unabhängig vom Coaching. Also generell ja einfach zu schauen, dass man sich selber und das Unternehmen weiter optimiert. Ganz sicher. Und da gibt es ja immer Optimierungsmöglichkeiten. Definitiv. Das ist ein dynamischer Prozess. Auf jeden Fall. Stehen bleiben ist nicht. Einfach weiterentwickeln. Sehr schön. Also dann würde ich sagen, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst. Ja, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Generell an Leute da draußen, Tipps, Tricks, was auch immer. Traut euch. Traut euch, nach vorne zu gehen und traut euch, über euch selbst hinaus zu wachsen. Das wäre der Tipp. Das sind doch gute abschließende Worte an der Stelle. Und wenn auch ihr auf das nächste Level kommen wollt, das Erste, was ihr dafür tun könnt, ist mal hier zu abonnieren, zu liken und einen Kommentar zu lassen. Da würden wir uns sehr freuen. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, unter dem Video alle relevanten Informationen zu finden, um mit uns in Kontakt zu treten, mit mir persönlich zu sprechen, euch eine kostenfreie Coaching-Session zu buchen. Dann schauen wir uns eure Situation auch ganz genau an, wie wir da hinkommen können. Da würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, ich wünsche was. Ciao. Das System ist geeignet für Leute, die sich weiterentwickeln wollen und natürlich dafür sorgen, dass ihre Zeit effizienter wird, indem sie die Fehler, die man macht, wenn man das nicht hat, alle machen und so natürlich viel länger braucht, um ans Ziel zu kommen.